Herzlich Willkommen bei Jacks Hintern! Keine Ahnung, was an dem so toll sein soll. Hallo, wir haben hier eine Spitte, mein Gassoftware. Hat so eine Scheiße gebaut, die sich wahrscheinlich selbst, die kann eben, die Finger verbrennen und, ja, dieser bisschen Teich wird im Konzept auch nicht mehr. Wie ein Glück, dass die alt ist. Hm. Die wird ihre 200 Euro immer noch haben. Guck doch nach. Ja, wenn du das Buch rechnest, wird den Fluss damit schon abgegeben worden. Vielleicht ist das besser, wenn du dich vorne dran stellst. Also nicht direkt vorne dran, sondern nebendran stellst. Ja. Guck doch nach. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020